ja noch ein Freude und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battle Fit Play for free und ja wieder mit mir ja die letzten Börse habe ich ja auch gemacht aber zuvor war der Alex mit dem Sturzler und dem Sniper 3 kann ich überhaupt nicht snipen oh ja und deswegen oder Alex uh what the fuck, was ist das jetzt hier wow 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 oh und es geht auch gleich amüsant los mit so einem kleinen Penner hier und ich bin am D vorbei gefahren ich weiß nicht wieso ah weil der D ist der will ja auch noch mit einer gehen Autsch was war das denn jetzt hallo geht's noch schießt der Panzer da genau neben mir ich bin übelstens in den Boden rein ey total fuck in den auf fuck man ich bin doch schon in dem geilen Gebiet hier in der nationalen Sicherheit national was sagst nachher schuhe nachher nachher ich bin ich bin nachher wo nachher wo man kann es durch nachher es ist ein rei ich habe auch doch woher sie ist wieder im Kopf das hat sich in der Guggenstadt in jener war es so wie es sich an Guggenstadt ja auch jetzt im MPC verantwortlich ist der Fehler an den ganzen Scheiße. Du bist der Fehler. Ich hab's auch grad gemacht. Ich mir auch grad so gut. Das Team wechseln wir jetzt mal gleich. So, jetzt komm, nach oben. Rechts vor links, Leute. Fack, kann mir jetzt mal einer sagen, dass hier einer ist? Der ist da unten. Ich hab's auch grad gemacht, wenn wir da einfach umfangen können. Nee, du hast zu stecken. Du bist festgelegt. Nein, schau mal, schieß mal da hoch. Mach ich jetzt ja. Boom, 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 da ist einer. Da oben sind sie halt. Wie die Ratten. Wo denn? Wo denn? Ach du Scheiße, Junge. Ich muss das mal reparieren. Ihr kriegt das doch hin, oder? Wir kriegen das hin. Junge, wie viel Scheiß? Punkt, da hast du das für mich kriegen. Nicht viele. Oh! Wo? Wo? Wo ist der Jude? Hä? Hä? Oh mein Gott. Oh, bis erstes reicht's. Oh fuck, natürlich, ein Straßenschild. Ach, das Fußgänger Schild hält dich auch. Ach, Mann. Ach, das war noch von mir. Ach, sehr schön. Ach, das war noch von mir. Ach, das war noch von mir. Ach, sehr schön. Ach, der ist ein Straßenschild. Ach, das ist ein Straßenschild. Chiss auch mal da hoch. Ach, da oben ist einer. Uh, da oben ist einer. Fuck. Ich glaube, ich sollte mich noch etwas besser reparieren, bevor ich hier in den Kampf gehe. Da! Das steht! So, ich mach das down, ah fuck! Das ist schon down. Ach nee, das ist noch da. What the fuck! Die 4 Sprengstoffe wurde dahinter, das ist gelegt bestimmt. Oh, was ist denn das für einer? Das, lieber Fabian, das ist ein Noob! Ich spawne mal in der Base. Ah, Alex, sei leise, du mit dem! Da ist er doch! Was, ich hab doch! Alter, komm! Das ist Ihnen das Problem, das ich immer anspreche, Juden sind dumm! Da haben wir's wieder, Alter! Ich wollte doch in der Base spawnen. Du nur fucking böse. Na weißt du was, dann machen wir's halt ganz klassisch. Ah, na, plus 3. Na, na, das ist ein Du-Wunsch! Ich steh noch da. Was die B haben ist, ne, mir, nisodol. Warte mal, komm, 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 komm! Ich mach, komm, komm, komm! Ja, natürlich! Da war auch wieder der Witz vom Tebas. Ach, komm, komm! Kratzler. Er hat nur gestürzt. Haha, ich bin so ein Vogel! Ist das der einzige, der hier kämmt oder was? Oh Gott. Wie ist das? Oh Gott. Oh mein Gott, der ist ja noch gar nicht da. Und schieß ihn ab, richtig krank in your face, bitch. Da ist nicht da, wo er sein soll. Mann! Wo ist denn der? Ja. Kleine Nasenbär. Oh, jetzt haben wir aber was gerissen. Sieg! Oh, wir spielen noch eins aus. Ich verstehe auch nicht so richtig. Oh, C4 spricht doch wie ein Schankerz, ey. 2508 sogar Klasse 1500. 160. Alle, sag doch mal was. Mensch, ich kann ja jetzt ja alleine herum kommentieren. Das ist doch dumm. Ne, wenn du auf, Maschur spielt. Oh, Maschur. Ich liebe dich. Mich reizt mich schön. Ja, okay. Dr. Ted Ski. So, kommt krank insetzt in der Base. Und jetzt muss doch hier irgendwo mal so ein Ding sein. Ja, Panzer, aber das nützt mir. Doch, das ist mir etwas. Oh nein, wir sind die US-Soldaten. Die haben die schlechten Panzer. Die haben einfach noch bin sicher Panzer. Scheiße, Mann, ich will Russes sein. Die haben geile Panzer. Sag mal, gehst du vielleicht mal von meinem Fahrzeugweg, du kleiner Fail? Guck mal an hier, wie der läuft. Komm schnell. Guck mal an hier. Jetzt werde ich ja schon ins Meer, oder was? Die sind wohl noch mit der größten Fail, oder was? Was ist das los? Nicht so richtig. Ja, ich bin da und dann wurde einfach mal T90 gekillt. Ach, ich bin sich gerade. Wie die alle pauschen, ey. und jetzt haben wir auch noch hier kranken Verstärkungsbohren, ich weiß nicht, was ich hier soll. Okay, wer den jetzt gekillt hat? Keiner. Oh, jetzt bin ich auch noch hier kranker. Aua, Sniper, 95, wie ich dich hasse. Scheiße, du. Ich brauche einen russischen NPC. Ja, wir spielen auch mal auf Maschturm, weil... Weil uns gesagt wurde, ja, wir sollen mal ein bisschen andere Maps ausprobieren. Und dann machen wir das natürlich auch. Oh, wir gehen natürlich auf unsere... Ah, ich wollte dich dich killen, du. Ah, das ist eine ganz schlechte Idee. Oh, warum, warum den... Alter! Warum wächst es jetzt auf... nur nachladen, dann wächst es auf die... Fuck, er, wie geht man? Aua, Vintores! Die VLS ist echt... Binsig, ey. Oh, sowas ekelhaftes. Och man, ich... Oh... Mich sowas ankotzt wieder. Wir russchen jetzt eh nur von Stellung zu Stellung. So, das ist dann auch alles, was wir jetzt machen. Und gehen vielleicht noch ein paar Feind um. Und da oben ist... Ah, ekelhaft! So, wann ist das Hauptgeschehen? Das ist ein Weg, aller Weg, wie sind denn das hier? Komm ja aus allen Löchern, aber auch sehr ekelhaft. So, neun rein, klack. So, haben wir jetzt eine Spritze gegeben, oder? Ach, ich hab mir erst mal... Und deine Hau-Ei-Spaziereingezogen. Da. 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 To somit ist das Ding ist der Geraflaster nukel. Das ist keinem. Das ist ein Weber. Da. Du. Du. 담enss residential wo päHerr aber auch trotzdem Secret hat auch, wollen. es ist die ist doch immer noch und wer kriegt den nicht wo jetzt nicht mehr um macht spielen bitteschön die hoch und ich das anruft die schwarze m es gibt es doch nicht mehr wie die erste stelle In der 24 OB kenn ich nicht. Doch, dass es irgendwas egal ist. Richtig egal ist. Wollte ich nehmen. Ohne ein komplettes Money von dem Ding verfaut. So eine Scheiße wieder... Er ist richtig mündiger werde ich gerade... sie wird gut aber trotzdem auch was nützt mir das die Gönig von der 1 was ist denn für eine Scheiße wir sind voll am Gewinn du kriegst irgendwie keine Punkte naja weil ich immer irgendwo sprung also hier muss so viel laufen das weiß ich genau so ist er auch wenn er sich kann bei nun blieb bergmord weg damit das meine das meine nur so eine freunde aus rein bis denn ich hab null